Herzlich willkommen in der BOSS-Klinik, Ihrer Zahnarztpraxis auf höchstem Niveau in Sopron. Das kompetente Team rund um Dr. Agnes Mescharosch steht Ihnen mit vielseitigen Leistungen der interdisziplinären Zahnmedizin zuverlässig zur Seite, um Ihre Gesundheit zu wahren und die Lebensqualität zu steigern. Dabei steht das Wohlbefinden unserer Patienten bei uns stets an erster Stelle. Egal ob Sie professionelle Lösungen zu Sofortimplantationen suchen, etwas für Ihre Mundhygiene tun wollen oder Ihr Lächeln mit der ästhetischen Zahnmedizin perfektionieren wollen, bei uns sind Sie genau richtig. Natürlich beraten wir Sie gerne zu unseren verschiedenen Behandlungen und beantworten Ihnen alle Fragen. Bei uns können Sie sich auf medizinische Expertise und kompromisslose Ästhetik verlassen. Unser Team nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil, damit wir Sie stets nach dem aktuellen Wissensstand behandeln und Sie so vom zahnmedizinischen Fortschritt profitieren können. Und da wir wissen, dass der Zahnarztbesuch nicht immer für alle eine Freude ist, nehmen wir uns viel Zeit für Sie und begrüßen Sie in einer Praxis mit Wohlfühlatmosphäre. Vereinbaren Sie einen Termin und erleben Sie den Unterschied. BOSS Klinik, weil Ihr Lächeln immer eine gute Investition ist.